äh Roff loll, roff loll, roff loll! Vielleicht läuft es in Afrika besser. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. So, Defense. Komm. Bin ich mal ein Rapper? Wird jetzt Rapper. Oh, what?! Spaceone2412. Danke für den Follow! Hat schon lange keine Follow mehr, nachdem hier Mr. Spambot losgekackt ist. Ah, ist das schön. Okay. So. Hat die Gruppe verlassen. Okay, er ist schon mal raus. Warum auch immer. Ist in Ordnung. Okay. Keine Ahnung, ich hab's nur gesehen. Ich hab große Pläne mit dir. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Legen wir los. Das sollte reichen. Spannend voraus. Spannend Auffysin. Und spannend... Spannend voraus. Spannend voraus. So. Spannend Voraus. Alle links. Wie alle links? Achso, die Gegner. Au. Ach, hier sind sie. Ach, das ist ja toll. Das war ja beschiss. Komm, das gehen wir jetzt. Ich denke nicht, aber ja. Maybe. Maybe. Okay, die sind also hier irgendwo. Oh, scheiße. Ja. Ja. Oh, babe. Ja. 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 Ah, da kommen alle rechts aus dem Gang raus. Ist okay. Ja, stört, komm. Ich bin tot. Ich beschütze die, beschütze den Punkt. Schieß doch, Bitch. Ich bin tot. Ich bin tot. Hallo, Poma. Hallo. Oh, ein Teleporter. Gott sei Dank ist hier ein Telefon. Der Kreislauf der Feindseligkeit beginnt von neuem. Der kann doch nicht gegen meinen Ulti blocken. Ich bin tot. Ich bin tot. Hä, wohin? Da rüber. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Der Bruder hatte gerade mal beschlossen, mich komplett vom... Achso. Er ist raus, weil sein Roter Goodbye gesagt hat. Ah, okay. Dann laden wir dich dann gleich wieder ein. Poma, mir geht's ganz gut, aber ich bin ein bisschen gestresst wegen des Spiels. Ich bin tot. 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 Oh, ja, genau. Falscher Winkel. Warum? Warum? Ich weiß dies nicht. I don't like it. Wissen Sie, da steht der Kackeile. Da steht man da, macht nix. I don't understand. Oh, ja, ja. Genau. Ah, scheiße. Danke Puma für den Follow. Vielen Dank. Ich brauche echt Schokolade, also ich gehe kaputt hier. Ich habe keinen Schokolade da. Shit. Ach, nö, Mai, warum entschuldigst du mir, wenn du die Bombe dran hast? Zelt Barriere aktiviert. Das ist eure gerechte Strafe. Scheiße. Scheiße. Fuck you, mercy. Fuck you. Ach, kacke, man. What? Ja, 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 Puma, du musst aufpassen. Der Nightbot ist sehr pingelisch. Du darfst nix spammen. Sonst rastet der voll aus. Kann der das eigentlich permanent machen, dieses Abwehren? Manchmal habe ich das Gefühl. Oh, die Bombe war... Oh, ich kann noch kurz durch. Toll. Hallo, Takani. Achso, wir müssen jetzt kurz raus. Wegen Dings. Was hat er denn getan? Ah, abgefahren. Alles, alles gefahren. Das hätte ich auch gekonnt. Die hatten zwei Genjis. Ist ja gemein. So, raus. Lief, game. Yes. Good luck. Na komm, Freunde. Nimmt an. Oh, schade, doppel. Hast du n' Skin gekriegt? Ich hab' ein doppeltes gekriegt, das ich schon hab'. Okay. Das ist scheiße. Aber es ist mein Coinstorm. Oh, was zu dringend. Also, da hab' ich schon mal die Hälfte von 1000. Du sparsst wohl, oder? Mein Lieblings-Jar ist Farrah. Danach kommt Mercy. Und dann kommt, äh, Diva. Ja. Verteidigung. I would like to do this here. Was? Na, did. Job, Job. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wie heißt der? Torbjörn. Torbjörn. Ja. Torbjörn. Kann ich einfach Björn heißen? Torbjörn. Fussball. Schönen. Dobi, Dobi, Dudi, 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 Dudi. Hey, Mr. Flaum-I-Flaum-I-X-X. Ja, Mercy ist super. Aber ich bin so ne F-I-Fairer-Spieler. Ich mag meine Farrah. Du weißt, was ich carrying kann mit Farrah. Plex, Ops, Season Pass oder lieber Overwatch. 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 Weil ich mag Call of Duty nicht. Ne, Plex, Ops mag ich's nicht. Oh, doch. Ne, ist in Ordnung. Ne, er meint Plex, Ops. Aber das ist auch Call of Duty. Kann ich das Ding nicht hier hinstellen? Wieso kann ich das Ding nicht auf die Box stellen? Das ist doch Bullshit. Von wo kommen die denn? Ich weiß es gar nicht. Hier vorne. Komm, Babe. Mach mich stolz. Ja, du darfst bei uns mitspielen. Dafür musst du mich aber adden. Steppsch-Cat, 2-9-0-9. Komm, Babe. Genau, halt deine Nieten fest. Nein, stürt mir nicht weg. Nein. Die dämische Fotze. Das darf ich nicht sagen, aber... Hallo, Mixer-Flau-Mix. Danke für den Follow. Fuck you, Farrah. Wir sind schon am Spot. Farrah, Farrah pumst mich gleich hier. Ne, doch nicht. Oh, sie sind... Oh. Dann stelle ich hier mein... Dann stelle ich hier mein Dings hin. Kannst du Mercy nicht spielen? Na, Mercy ist eigentlich einfach. Wenn man... Wenn man... Komm her, du Bitch. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Äh. Äh. Nein, der hat meinen Haken nicht in den Pops gekriegt. Gibt gar keinen Sinn. Robion hat so kurze Beine. Der hat mein Geschirc kaputt gemacht, der Romo-Arsch. Hopp. Teleporter online. Oh, Gott sei Dank ist der Teleporter online. Vielen Dank. Thank you very much. Ich habe keine Comments, aber... Ich weiß gar nicht, wie man bei Nightbot Comments einstellen kann. Weißt du das? Phil? Pip? Wie auch immer du genannt werden möchtest. Wir wollen einfach nicht liegen bleiben. Weißt du, wie ich bei Nightbot Comments einstelle? Das weiß ich leider nicht. Okay. Musch mal Phil fragen. Musch mal Phil fragen. Oh, der macht bestimmt sein Ulti. Musst du den Stream jetzt ausmachen, weil es zu sehr lecker ist. Was musst du ausmachen? Du kannst doch nur... Oh, pardon. Teleporter natürlich. Du kannst doch nur den Dings anmachen. Den Chat. Da muss ich gleich nochmal... Wieso kriegst du denn jetzt hier so? Bei mir lagst du aber auch. Bei mir lagst du auch. Mach dir nichts draus. Ah, okay. Dann sind es selber Probleme. Ja. Das liegt nicht an dir. Ich bin voll hochgefahren. Ich bin voll hochgefahren. Ich bin voll hochgefahren. Debsch-Cat-Route 2909. Nein, du schiffst, babe. Komm. Ich bin voll hochgefahren. Ich bin voll hochgefahren. Das ist nicht so. Wir hatten gegen uns keine Chance. 17 Kills, drei Tumpe. Achso, ich muss wieder jemanden einladen. Warte kurz. Also wir müssen wieder raus. Ich? Nein. Ich? Nein, ich nicht. Was leckt das denn so hart? Das muss am Server liegen. Also ich geh jetzt raus, weil ich muss einladen. Dann musst du, äh, kannst du am nächsten Mal auch unten, wenn du einen Leaf machst, einen Haken dran machen, Leaf ist gut. Hab ich vergessen. Äh, ja. Art, Artstyle, dann bis zum nächsten Mal. So. Okay, let's go. Mr. Flaumi. Hm, ich glaub nicht, dass es, nee, also nur denselben Char, glaub ich, ist ein bisschen doof. Ich glaub, das wird nicht. Auch ein Hardstyle. Bye, bye. Hallo. Oh Gott. Winz. Winz. Hallo, Winz. Kann ich nicht lesen. Ich guck dir diese leere Kinderschokoladepackung an. Das ist nicht nett. Nett, nett. Alle Reihenhaut. Und dann immer Schild um jeden rum. Ich wache über dich. Selbst hier fühle ich mich wie ein Frau gestoßen. Oh, da hat jemand einen Legendary Skinshör. Hm. 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 Wer spielst du? Rapper. Kapp. Du darfst aber keinen Rapper spielen, laut Chat. Aber seit wann halten wir uns da dran? Keine Ahnung. Warum bau ich schnell eine Rapper machen? Weiß ich nicht. Warte mal. Ich lasse, ich liebe es mal kämpfen, bis der Ast kommt. Warte mal. Alter, wie hat die mich erwischt? Ich war doch mit dem Flug. Das war ein Lucky Shot. Das war definitiv ein Lucky Shot. Kannst du mir nicht erzählen. Ah, ich komm nicht zu dir hoch, weil du nicht an die Kante gehst, dann nicht. Fuck you, du kleinen Kackding. Dann ein Soldier. Ich soll noch ein bisschen schneller machen. Jetzt habe ich keine Lacks mehr. Ich werde dich aufheben, wenn du stürmen solltest. Nur, dass du bescheid warst. Sehr gut. Ich habe sie getötet. Gott sei Dank. Ich gehe rechner. Was fuck dich denn ab, sagst du mir einfach. Ich kräfe dich wieder. Ha! Das Sieger, Mio! Haben Sie jetzt das Gefühl für dich? Ein Telefon, jetzt gibt es eine Abkunde. Ja, ich bin der Herr. Ja, wir kann sein. Ich treffe mich. Anfinde sie weiter. Von der Sieger erschaffen sind. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich bin unabhatbar. Das ist der Grund, wenn man Kausch versucht. Zwei Euro sind im Wohnzimmer. Dein Euro ist er. Wer steht da drauf? Danke! Zu Hause! Beide ich ein bisschen vorbem. Okay. Ich bin von drei Euro. Dann bin ich wunderbar. Ich bin von drei Euro. Das Turret R2M hat es soo... Oh mei, ich spürt doch an! Ich heb dich auf, sonst zu sterben. Oh! O! Sie sind sooo... Oh! the le tauter Das ist ein Teleporter. Ich spreche aus. Was? Ich mache Ulti hinter zwei Leuten bei einem dritten. Und da steht ein Turret. Und dieses Turret stirbt nicht jemand. Es sind irgendwie fünf HP nur in der Schaf. Okay. Oh hey, wo bin ich denn da? Ich bin so salzig wie das Teufel. Oh nein, Mai! Fuck you! Mai von hinten. Mai ist voll doof, Alice. Mai ist super doof. Wie neugeboren. Ich bring die Fracht sicher an ihrem Bestimmungsort. Eigentlich ist geschützhaft. Die Fracht näher sind ihre Ziele. Ich kann nicht sagen, dass das nicht gut war. Das war gut. Ich habe sie mit Nahkampf getötet. Sehr schön. Nein, oh Gott, ich kann dich nicht gegenheilen. Nein, das waren alle Turrets. Ja. Aber ich hätte dich gleich aufheben können zur Not. Ja, alles gut. Ja. Ja. Hat er echt gut gemacht. Ja, war super. War echt gut. Da kriegst du ein Like. Ich. Die hat doch gar nichts gemacht, Alter. Die habe ich mit Nahkampf getötet. Ich. Icke. Quasi. Hey, goldene Heilung. Woohoo. Stufe 26. Hey. Da. Warum sie bei Tempel kommt auf dem Tempel des Andels. Verziehen sie Verteidigungsstellung. Wer müsste der Truppe beitreten? Ja, von mir aus. Ist mir egal. Ähm. Also Verteidigung. Ich muss wieder meine innere Mitte fliegen. Meine innere Mitte. I need to find my inner circle. Hallo. Man dankt. Ich hab Zeit. Ich benötige Rüstung. Angreifen in 30 Sekunden erwartet. Hey, hast du gerade den rollenden Busch da gesehen? Oh, dieses Potential. Lass uns loslegen. Mein Meisterwerk. Hi. Grüße. Danke, Partner. Angreifer nähern sich. Unser größter Feind liegt in uns selbstverständlich. Achtet auf mein Geschütz! Oh, shit off, ey. Die kommt von der anderen Seite. Oder? Ich versuch grad mich auf den Reinhard zu konzentrieren. Beständlich, ja. Schau mal, ob ich die Dinge... Ah. Ob ich die Rüstungsdinge kriege. Hallo von oben. Ich bin so dumm und ich lauf in die Ulti rein. Das ist nicht gut. Okay, sie kann mich durch den Löwen abschießen. Das ist natürlich sehr fair. Durch den Löwen? Das ist so ein Roboter, der da rumstellt. So viel zu bauen, so viel zu hämmen. Ich stand quasi hinter was. Und sie hat mich trotzdem getroffen. Knappt euch die Rüstung! Oh, alles leckere Rüstung! Also, ich bin so... Jetzt hat's mein Geschütz! Ich bin so... ...ich bin so... Und ich bin so... ...sieb. Ich bin so... ... ich bin so... Ah, Mutter Melka. Das ist eure gerechte Strafe! Noch ein paar Justierungen. Doch los geht's. Mutter Melka oben auf dem Plateau. Ich bin tot. Scharfschütze, haltet eure Augen offen. Warum verteid ich das denn keinen Arsch? Wie morgen kommt dein Overwatch? Chaos ist hier oder wie, Puma? Ach, fuck. Fahrer unten, Fahrer oben. Fahr mit. Hier unten oben. Ja, die war unten drunter und ist dann hochgesprungen. Ich seh nur die... Die kommen hier schräg durch. Alter, wieso treffe ich denn die Bitch nicht? Fuck you, Mercy. Ehrlich? Ach man, warum lebt denn die Fox immer nah? Warum hat die nicht mehr sexuelles? Sieht behindert. Das ist eure Geräte. Zurück auf Patrouille. I don't like it. Haben die immer noch hier hinten drinne? Ne, keiner drin. Ich geh trotzdem mal weitergucken. Die kommen ja bestimmt gleich wieder. Da sind sie, okay. Mhm. Der Fahrer stirbt da einfach. Fahrer links. Jetzt unter der Brücke. Ich versuch grad Reiner zu töten. Ich treffe ihn nicht. Das ist eure gerechte Strafe. Hm, jetzt treffe ich nix. Warum auch immer. Ich treffe ihn nicht. Das ist eure gerechte Strafe. Ach, leg mich am Arsch. Ehrlich. Ja, also ich steh in deiner kack riesigen Wand, aber ich werd getroffen. Kein Ding. Okay, du hättest dir auch einfach den Download-Code kaufen können. Und dann hättest du es direkt spielen können. Ich mein ja nur. Fuck you, mercy! Das war's wert, oder? Das war's super wert. Ich seh' dich nicht. Ich seh' dich nicht. Na, ich bin auch irgendwo anders. Oh, okay. Aber ich muss dich ja sehen, damit ich, äh... Du war, ich war viel zu weit weg. Also du hättest mich nie erreicht. Ach so PS4. Oh, komm. Na gut. Ich bin kein Fan von Shooter-Sachen auf Konsole. Fuck you, Soldier! Latt nach, ehrlich. Fuck you, fuck you, einfach nur Hardcore. So, jetzt bleib ich hier oben campen. Hier sind vier. Okay, dann ist es in Ordnung. Drank wird links. Wo bist du gerade? Oben. Achtung um Farrah. Achtung um Farrah. Achtung um Farrah. Achtung um Farrah. Fuck! Ah, Farrah von links. Aber von rechts, meine ich. Ah, da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Natürlich hätt ich das geschafft. Lager nicht. Ah, die Mercy hopst rum wie so'n... ...Krase-Fong. Sie hat mir nicht noch mal... ...Krase-Fong. Sie hat mir nicht noch mal... ...Krase-Fong. Nein, Justice gibt's heut nicht. Ich geh mal von hinten ran. Because I can. Moppet kaputt schießen. Fuck you. Fuck you, Junkrat. Fuck you, alter. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Das war es wert. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ich muss mehr Leute töten. Mein Team braucht nicht. Ich geh wieder von hinten ran. Because I can. Ja. Leck mich doch an Pops. Mann. Wer will denn hier was von mir? Das ist halt ein Arsch. Was mehr? Ach, die kommen wieder von Dings. Von der Seite. Gut, der ist tot. Aua. Fuck you. Fuck you. Kitty's not amused. Mit ihren 12 HP. Immerhin hab ich sie auch getötet. Ich töte mich nur selber mit der Frau. Ich werd endlich mal mein Ulti benutzen. Von rechts. Fuck you. Fuck. Mir stimmt keiner! Gott set up. Mit so'n flau michs. So'n bisschen Victory Scree. Und er zielt sogar gut. Meine innere Mitte ist wieder hergestellt. Nee, er sagte, Perfektion ist mir genug. Passt jetzt zu mir der Charne? Naja, nicht so ganz. Bitte? Nicht so ganz. Bitte was? Aus optischen Gründen. Achso. Aber sonst ja. Als wen soll ich spielen? Angriff. Nee, ich spielen muss. Und in Mercy machst du mich nicht. Machen wir es so. Der Deutsche Reinhardt und die Schweizerin Mercy. Hm. Haben Sie Ihre Versicherungskarte dabei? Sprechstunde bei der Vorstellung. Was war der Hammer? Grüße. Ich sag's euch. Das Völlum. Haben Sie Ihre Versicherungskarte dabei? Sprechstunde bei der Vorstellung. Haben Sie Ihre Versicherungskarte dabei? Muss den Gewalt immer die Lösung sein? Muss den Gewalt immer die Lösung sein? Schade verstärken. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Es ist nicht zu spät, einen anderen Pfad einzuschlagen, Bruder. Du magst dich für meinen Bruder halten. Doch der Genji, den ich einst kannte, ist tot. Nichts in diesem Pämpfe irgendwas wert und es abzugreifen. Ein Strahlen aktiviert. Du hast aber auch einen anderen Skin, oder? Nee. Es müsste... Ah, nee. Sag ich einen blauen, ne? Ja, genau. Ja. Drei, zwei, eins. Angriffs beginnt. Gehen Sie Sie, wozu ein... Ohhhh. Oh, Miss Bastion. Von deiner Seite. Ja, du sagst mir dann... Alter, warum drehst du dein Ding? Ich kann nicht sitzen. Ich kann nicht sitzen. Ich kann nicht sitzen. Mein Gott. Weil ich... Alter. Okay. Ich weiß, wir müssen rechts rum. Okay. Kriegen wir hin. Oh, fuck. Haben die Doppelbasschen, oder was macht da so viel der Menschen? Sie haben Doppelbasschen. Doppelbasschen. Ja, wir gehen da. Eins links, eins rechts. Ne, klar. Ne, links war ein Torbjörn. Ach, die haben noch einen Torbjörn zusätzlich. Die haben quasi alles, was kacke ist. Links ist Torbjörn und oben drauf stehen beide Bastions. Ne, die haben quasi alles, was kacke ist. Ne, die haben quasi alles, was kacke ist. Reikiches Stück war's. Ha! Cheier, cheier, cheier. Ehh, scheier auf. Ehm. Ehm. Mir stirbt keiner weg. Ehm. Ehm. Ah, schade ein weiß. Ehm, das war eine schnelle Genesung. Ehm. ich blicke dich wieder zusammen, ihnen noch unterbricht nicht jemand bei der Arbeit. Ah, das ist nett, aber das war's, nur rein auf so nem Scheiß, aber ich kem Bock. Ich werde dich aufheben, wenn du stirbst. Nur, dass du Bescheid weißt. Mhm. Ich bin sonst fast geschnitten. Okay. Kaputt. マin啊 Ich bin O König fruit Ihren. Ich bin O König in Obr��. Ich bin Obr 2003. Ich bin Obrioso. Eie. Auf der Treppe. Bin schon lange tot. Na, guck dir die Kacke doch mal an, Survive, dann weißt du, warum ich... Mann. Ah nein, 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 ich sauf ab, ich sauf ab, nein. Nein. Ja. So. Okay. Das war aber ein Insta-Debt, hm? Mhm. Okay, I'm going to leave now. Warum? Ah, nein, ah, ah, ja, ja ja, gut, 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 gut. Natürlich steht dann Charity drin. Schick durch. Ich bin ja, Mann. los er ist flitschen Oh, Ulti, mein Besteschen. Ja, da ist was anderes, aber was kann man mal wissen. Sehr schön, hast du schön gemacht. Ja, ist gut, hast du schön gemacht. Gut, 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 gut. Haben wir schön gemacht. Sehr schön. Das muss der Hit sein. Sehr schön. I like that. Hast du schön gemacht. Besonders so in die Ecke, dass sie nicht wussten, wo du stehst. Sehr, sehr gut. Hast du sehr gut gemacht. Meine innere Mitte. Du kriegst ein Like von mir. Du kriegst ein Like von mir. Weil ohne dich würdest du stank. Ewisch. Stank, ich stank. Und natürlich kriegt der gegnerische Bastion das Epic. Du auch. Aber wie gesagt, ohne eine gute Mercy an der Seite. Ich geh kurz auf die Toilette. 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 Ich geh nur kurz auf die Toilette. Ich geh nur auf die Toilette. Ja, ich will gar nicht mehr spielen. Möchtest du mal Damage-Diller machen? Deinen verbalen Ausraster. Möchtest du mal Damage-Diller machen? Dann mach ich sofort. Okay, wir haben schon Lust hier. Ich würde auch Lust hier nehmen. Ne, haben wir grad nicht, deswegen frage ich. Wie jetzt? Ja, dann nehm ich Farah. Jetzt haben wir zwei Lucius. Ihr macht Sachen. Oben im Kontrollraum. Okay, danke. Das war Puff. Ach Scheiße, komm spring. Ist gar keiner mehr da von uns? Das ist ja toll. Das war ein Lucky Shot. Das passiert mir nicht nochmal. Das passiert mir nicht nochmal. Okay, das ist auf jeden Fall Party. Oh, fuck. Und der Genji schnettet uns alle weg. Echt? Mich nicht bisher. Ich schnettet mich selber weg. Ich brauche dringend Heilung. Und keiner ist heiter, das ist super. Nooo, ich wurde von Kokonuts getötet. Hey! Was ist passiert? Ich bin doch wieder so ums Eck gestorben. Das war etwas komisch. Das passiert mir nicht nochmal. Nein, naja, wir werden keinem. Ja ich bin ja im Grunde. Wenn der Genji ist, würde ich nicht mehr verholt. Nein, tust du den? Auf den Spot, auf den Spot. Nein, nichts auf den Spot. Doch, sonst haben wir verloren. Naja, ich kann nicht einfach mal durch die Wand gehen. Es tut mir leid. Nein, nein, ich meine, dass doch eher so an alle noch da waren. Mhm. Jetzt boxe ich diesen. So. Das hat er verdient. Jetzt bin ich wieder ein Remper. Jetzt haben wir gar kein Support. Dann nehm ich jetzt zu. Weiß ich jetzt. Ich wache über mich. Und mein Zahn zulegen. Los, jungen. Vier, drei, zwei, eins, und dann zwei. Wir nehmen die Situation von klein. Dann nimm mich mein Kree. Ach, ein ruhiger Moment. Du wirst nicht lang zu planen. Und hinten kommt ein Reaper. Und hinten kommt ein Reaper. Mann, Alter, dieser Kack-McCree. Von uns. Das regt mich auf. Also der läuft parallel mit dem Reaper. Der stand quasi. Der hat gekuschelt quasi. Und bäm. Siehst du. Könnt ich doch nicht. Ehrlich. Könnt ich kotzen. den Strahlen ja nicht. Ich beschütze die Unschuldigen.